In diesem Video geht es darum, wie man Vertriebs- und Beratungsprozesse so digitalisieren kann, dass man am Schluss nicht enttäuscht ist über die Resultate von so einem Projekt. Das sieht man nämlich ganz häufig, dass momentan ganz, ganz viel digitalisiert wird und jeder mögliche Produkt möchte man über den Online-Kanal verkaufen können. Oftmals passiert eben genau das nicht, dass man eben nicht über den Online-Kanal verkaufen kann. Der Grund, den wir dahinter sehen, ist, dass oftmals nicht reflektiert wird, welcher Kanal dann in welcher Situation im Kaufprozess, in der Customer-Journey vom Kunden am geeignetsten ist. Persönliche Ansprechpartner sind durchaus eine Relevanz, vor allem bei komplexeren Produkten, wenn es darum geht, ein Vertrauen aufzubauen, wenn vielleicht auch der Gegenstand komplexer ist, wo viele Unklarheiten herum sind. Auf der anderen Seite haben aber auch digitale Kanäle durchaus eine sehr grosse Daseinsberechtigung, gerade dann, wenn es um Objektivität geht, wenn es um Schnelligkeit geht, wenn es auch darum geht, dass man immer erreichbar sein möchte. Das also zusammenzubringen und zu orchestrieren, die beiden Polen und auch Zwischenvarianten dazwischen, das ist in unserer Meinung und unserer Erfahrung noch der Erfolgsgarant für einen guten Vertriebsprozess, der eben alle Kanäle gut einsetzt. Das haben wir schon gemacht, bei ganz vielen Firmen und in ganz vielen Projekten, zum Beispiel, um gerade Onlineportale zu gestalten und richtig einzusetzen, oder auch eben Vertriebsprozesse für Versicherungen online darzustellen. Wir haben diese Erkenntnisse und noch ganz viele andere in einem Whitepaper zusammengefasst. Wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn Sie das lesen und mit uns teilen, was dann Ihre Erfahrungen sind zu diesem Thema. Erstens. Untertitelung des ZDF, 2020